Die werden auch immer dümmer, die anderen Wurzeln. Ich hab kein, ich hab kein, ich hab ein Problem. Achso. Was ist dein Problem? Ich hab kein Glowstone. Das ist ein Problem, ja? Das ist ein Riesenproblem. Was hindert dich daran, in deiner leeren Wohnung das zu farmen? Farmen. Farmen, Chendes, ja? In meiner Wohnung. Wo soll ich in meiner Wohnung Glowstone herbekommen? Ich weiß nicht, das ist ein Problem für dich. Du kannst mit Kryotheum, kannst du Glowstone herstellen. Ja, süße. Was hindert dich? Ah, du brauchst Energize, Netherwreck. Was hindert dich? Ähm, ich hab keinen Helm. Den muss ich mir noch geschwinkt neu lackieren. Wir wollten eigentlich noch in die End City gehen. Da war ich schon. Was? Ja. Das ist jetzt mies. Die sind nicht so special. So, wie baue ich das? Äh, Slapran? Äh, Slapran? Wille, Nete. Wait, das ist ja gut. Oh, ich kann wieder... Ich kann wieder sch... Slapran. Pipe dream. Place a pipe. Get a pint. Pint dream. Da fällt immer so viel von dem Glowstone in die Lava rein, wenn man das über Lava macht, ist das ein Problem, ja. Ah, dann wird man auch noch von Blazes angeschossen. Da wichse. So. Wow. Das ist eine tolle Arbeit. Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall so einfacher, wenn man fliegen kann. Ja, dann geht das halt noch, aber ohne. Das ist schon echt mies. Bei ihm geht das auch echt schnell. Ja. Hopp, einfach rundum. Fast. Fast. Rundum. Licht- und Sichtpaket. Gibt's eigentlich so'n Vakuum-Hopper irgendwie sowas, den man mit sich rumschleppen kann? Ja. Echt? Gibt's doch sogar als Update für die ... Ähm ... Ich hätte gern, dass Items so um mich rumfliegen. Irgendwie sowas. Wie so XP's halt. Gibt's das nicht sogar für deine Rüstung als Update? Upgrade? Meine Ender-Rüstung? Ja. Die ist schon kaputt. So langsam. Aber für die gäbe's das, glaub ich. Mhm. Ja, ich find das ein bisschen kacke mit dieser Rüstung, dass man die nicht ... Dass man die auch reparieren muss, obwohl du die mit Strom laden kannst. Also, dass du das beides machen musst. Ja, ich glaub, die kannst du ja ... Ist ja nur dafür da, dass deine Embourments funktionieren. Ich find nicht, dass die ... Also, ja, keine Ahnung. Ja, nee, das Empowerment ... Also, der Strom ist halt das ... 50% vom Schaden wird halt ... ... vom Strom einfach abgezogen und nicht von deinen Herzen. Aber das hat ja nichts mit der Durability zu tun. Ich hab sehr viel mit der Pharmaindustrie zu tun. Privat aber. Okay. So, jetzt hab ich ein Problem. Ich hab mir nicht gemerkt, wo der Spawn ist. Äh ... Das ist ne Festung. Bitte sag mir, dass hier der Spawn ist. Das ist die ... Ja ... Oh ... Danke, danke. Sehr nett. Sehr freundlich. Hm ... Hm ... Hm ... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach so sehen, auf den falschen Weg Punkt gedrückt. Ich weiß es nicht. Wenn noch ... Ja ... ... 23 Millionen EF. Das muss noch reichen. Auf jeden Fall kann man jetzt diese Solardinge einfach mal easy snack machen. Weil jetzt ... ... hab ich unendlich Enderperlen. Jetzt braucht man da nicht mehr danach jagen. Ich häcksel dann schon mal noch ein bisschen Coal Powder rein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich weiß es nicht. Ich kann das ... Hm ... Lass mal von denen ... ... A-B-A-S-I-T-O-R ... Gold ... Hm ... flint und stil mach jetzt mal einen blaze und stil das interessiert mich was das ist ob das mehr ball hat als sonst den baum kann man mal anzünden das ist nicht das was ich hören wollte was geil nein dann komm mal her dann schau diesen baum zu wie er abbrennt dann komme ich jetzt mal eben zu dieses alter ja der baum ist weg ähm ich pflanze mal einen neuen lass mich ein bisschen bone meal mitnehmen da ist dein haus schon wieder erweitert komm mal zu meiner baumfarm ich habe mein haus nicht erweitert warum ist die meilen weit entfernt warum ist die hier hinten das ist mein hochplateau ja aber warum so weit weg um mir das mal zu demonstrieren mache ich mal hier in den baum äh das ist im großen gleich das funktioniert warum funktioniert das nicht funktioniert scheint ja gut zu funktionieren nimm mal eine einzelne geht doch ja und bisschen schneller oder versuch mal das feuer weg auszumachen warum brennt der schnee hier du kriegst diesen dieses feuer nicht mit der hand aus machen wir nochmal es geht nicht und geht das nicht wir auch gerade gesehen es geht nicht ich habe keinen vornehmen es geht aber lose ja lol eh komm spring das pferd weg lol ok hm was wollte ich denn gerade tun achso ich wollte mir den flint in stil machen um den schiff zu machen da muss es doch eine effizientere möglichkeit geben nein wie heißt das nochmal grains of infinity hä achso ja war übrigens meine idee also hätte ich gerne 50 prozent von deinen einnahmen vom grind der never stoppt the grind never stops was ist fire water eher fire water also du liefst der frisch war ein lieb die in Nein. Hm. Kann man irgendwie Bedrock abbauen? Nee. Sonst hätte ich schon längst Bedrock-Türen gebaut, dass du hier nicht mehr rein kannst. Das ist nämlich fies. Ja, das ist richtig. Aber auch Geschmack. Das ist richtig. 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 Ich meine, ich hatte das sogar schon mal automatisiert in TS6 oder 7. Nicht 7. Let's be honest. Das ist richtig. 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 Ja, ich fahre wieder so einen Stack. Muss dann auch wieder reichen. Hm. Hm. Dann wird das nicht mehr kurz zu bekommen. Das ist richtig. Wie heißt das andere Ding? Blaze und Steel. Mhm. Das Feuer, die von Blaz und Steele veröffentlicht und veröffentlicht deutlich schneller als Vanille Feuer. Ich habe schon wieder die Erze einfach in mein ME-System geschmissen, statt die in die Kiste hier zu werfen. Aber auf jeden Fall.